Über Jahrtausende bestimmen, jagen und sammeln den Alltag der Menschen. Nur wem es gelingt in freier Natur Nahrungsmittel zu finden, kann das Überleben seiner Sippe sicherstellen. Und dennoch haben bereits vor 30.000 Jahren Menschen das Bedürfnis, Botschaften für ihre Nachfolger zu hinterlassen. Eindrucksvolle Felszeichnungen in den Höhlen Südfrankreichs gelten heute als das älteste Zeugnis menschlichen Handelns. Doch trotz dieser Zeichnungen, die große Beobachtungsgabe und Intelligenz voraussetzen, dauert es noch Jahrtausende, bis es vor weniger als 10.000 Jahren zum Ende des Nomadendaseins der Jäger und Sammler kommt. Erst die Menschen der Jungsteinzeit beginnen sich die Natur zu unterwerfen und sesshaft zu werden. Aus wilden Gräsern züchten sie im Laufe der Jahrtausende ertragreiches Getreide. Statt wild lebenden Tieren hinterher zu jagen, zähmen sie Rinder, Ziegen und Schafe. Sie errichten auf Dauer angelegte Behausungen in der Nähe ihrer Felder und befestigen bald erste Siedlungen zum Schutz vor Eindringlingen. Zentrum dieser Entwicklung sind die Schwemmlande der großen Ströme in Asien und Afrika. Die alljährlich über die Ufer tretenden Flüsse bedecken das Land mit fruchtbarem Schlamm und schaffen so ideale Voraussetzungen für den Anbau von Getreide. Der rechte Zeitpunkt für die Aussaat wird am Lauf von Sonne und Sternen festgemacht. Dämme und Gräben ermöglichen die gezielte Bewässerung der Felder und die Vorratshaltung hilft, die Zeit bis zur nächsten Ernte zu überbrücken. Entlang des Flusslaufes des Nils, im weitläufigen Industal und in Mesopotamien, dem Land zwischen den beiden Flüssen Euphrat und Tigris, entfalten die Menschen im dritten vorchristlichen Jahrtausend eine nie gekannte Schaffenskraft. Monumentale Bauten, technische Meisterleistungen und die Erfindung der Schrift künden vom Ende der Steinzeit und dem Beginn der Zivilisation. Das alte Ägypten, die Zeit des großen Pyramidenbaus. Nordöstliches Afrika, 2600 vor Christus. Unaufhörlich prasselt der Monsunregen auf den fruchtbaren Boden des äthiopischen Hochlandes nieder. Innerhalb kürzester Zeit saugt sich das ausgetrocknete Erdreich mit Wasser voll. Der Regen sammelt sich in kleinen Rinnsalen, die bald zu Sturzbächen anschwellen und tiefe Furchen in die Berghänge schneiden. Die talwärts stürzenden Wassermassen reißen immer größere Erdklumpen mit, bis sie sich in den blauen Nil ergießen und dem Fluss seine dunkle, erdige Farbe geben. In der Wüste Nubiens vereinen sich die Wassermassen des blauen Nils mit dem aus Zentralafrika kommenden weißen Nil. Von da an zieht sich der Strom über 2700 Kilometer als einsame Lebensader durch eine der unwirtlichsten Gegenden der Erde. In Ägypten, auf der im Nil gelegenen Insel Elefantin, steigen derweil zwei Beamte des Pharaos in einen am Fluss erbauten Schacht hinab. An den Wänden angebrachte Markierungen verraten ihnen den Pegelstand des Nils. Diesmal müssen sie ungewöhnlich viele Stufen hinuntergehen. Es ist schon Mitte Juli und der Fluss führt noch immer Niedrigwasser, obwohl doch eigentlich der Pegel längst steigen müsste. Mit jedem Schritt verfinstern sich ihre Minen. Denn sie wissen, dass das Jahr für Jahr wiederkehrende Hochwasser die Lebensgrundlage des Landes ist. Nur auf den Böden, die der Nil mit lebensspendendem Wasser tränkt und mit fruchtbarem Schlamm überzieht, können die ägyptischen Bauern Getreide anbauen. Wo die Wassermassen herkommen, was es mit dem nährstoffreichen Schlamm auf sich hat, das können sich die Menschen nur mit Hilfe ihrer Religion erklären. Die Götter sind es, die dem Land die jährlichen Überschwemmungen schenken. Doch wie steht es diesmal? Wollen die Götter das Land etwa strafen? In Gizeh stehen die Arbeiten an der Pyramide des Pharaos Cheops kurz vor dem Abschluss. Dieser hat hier, am Rande der libyschen Wüste, das Niltal überblickend ein Bauwerk erschaffen lassen, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Eine Pyramide von gigantischen Ausmaßen, mit einer Höhe von fast 150 Metern und einer Grundfläche von über 50.000 Quadratmetern. Zweieinhalb Millionen Steinblöcke, durchschnittlich zweieinhalb Tonnen schwer, sind mit solcher Präzision aufeinander geschichtet, dass die Fugen nicht einmal einen halben Millimeter breit sind. Selbst wenn an jedem einzelnen Tag der Jahrzehntedauernden Regierungszeit von Cheops von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang an der Pyramide gebaut worden wäre, hätte alle zwei Minuten einer der perfekt behauenen Steinblöcke eingesetzt werden müssen. Denkt man an die notwendigen Planungen, Vorarbeiten und auch Hemmnisse, muss in Wirklichkeit alles noch viel schneller gegangen sein. Was für eine gewaltige architektonische Leistung! Was für eine organisatorische Herausforderung! Unzählige Architekten, Astronomen und Mathematiker sind seit Jahren mit der Planung und Überwachung des Baus beschäftigt. Tausende Steinmetze, Handwerker und Bauarbeiter verrichten Tag für Tag ihr Werk. Sie leben in eigens errichteten Siedlungen nahe der Baustelle, aber auch in den teilweise hunderte Kilometer entfernten Steinbrüchen. Bronzemeißel, Diorithämmer und Poliersteine aus Quarzit helfen ihnen, die Blöcke aus Kalk oder Sandstein aus dem Fels zu brechen, in die vorgegebene Form zu schlagen und ihre Oberfläche zu glätten. Schiffe bringen die Steine auf dem Nil in die Nähe der Baustelle. Den Rest des beschwerlichen Weges werden sie von Arbeitern auf breitkufigen Holzschlitten gezogen und über Rampen in die vorgesehene Position gebracht. Jetzt, da die Ernte eingebracht ist, helfen auch tausende Bauern beim Bau der Pyramide mit. Für die Ägypter ist die Errichtung der Pyramide eine religiöse Handlung, eine Art Gottesdienst. Denn der Pharao hat eine einzigartige Stellung als Mittler zwischen den Göttern und den Menschen inne. Mit der Pyramide schlägt ihm sein Volk eine Brücke vom Diesseits ins Jenseits. Der Pharao kann so in den Himmel aufsteigen und sich in die Gesellschaft der Götter begeben. Von daher ist es im Interesse aller, das Wohlergehen des Pharaos nicht nur zu seinen Lebzeiten, sondern auch über seinen Tod hinaus zu sichern. Schließlich soll er noch aus dem Jenseits seinen segensreichen Einfluss ausüben und allen, die am Bau beteiligt waren, zur Unsterblichkeit verhelfen. Für den Bau der Pyramide verantwortlich ist der von Cheops eingesetzte Vesier Hemionu. Die Arbeiten gehen gut voran, doch das Ausbleiben der Nilüberschwemmung beunruhigt auch Hemionu zutiefst. Schließlich ist er als ranghöchster Beamter des Landes auch für die Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung zuständig. Eine so gewaltige Anstrengung wie der Pyramidenbau kann nur Erfolg haben, wenn die Ernten reichlich sind und die Menschen satt. Um die Erträge zu steigern, aber auch die Abhängigkeit vom Nilhochwasser zu verringern, haben die königlichen Beamten schon vor längerer Zeit Bewässerungskanäle und Wasserspeicher anlegen lassen. Schöpfräder und Hebevorrichtungen bringen das kostbare Nass auch zu höher gelegenen Ländereien. Wenn aber dieses Jahr die Überschwemmung tatsächlich ausbleiben sollte, droht eine Hungersnot und die Vollendung der Pyramide wäre ernsthaft gefährdet. Auf seinem Weg nach Ägypten durchbricht der Nil sechs gewaltige Barrieren aus Granit, Katarakte genannt. Mit ohrenbetäubendem Tosen bahnen sich die tiefbraunen Wassermassen, die der Monsunregen über das äthiopische Hochland ergossen hat, ihren Weg durch die engen Felsschluchten. Aus dem Wasser ragen die messerscharfen Spitzen von Granitblöcken. Gegenüber dem Niedrigwasserstand vom April presst sich nun Sekunde für Sekunde die mehr als 50-fache Wassermenge durch die Katarakte. Der nördlichste Katarakt ist zugleich die südliche Grenze Ägyptens. An seinem Ende liegt die Insel Elefantin mit ihrer Pegelmessstation. Dort ist die Anspannung aus den Gesichtern der Beamten gewichen. Endlich, endlich beginnt der Pegel zu steigen. Auch in diesem Jahr lässt der Nil, oder besser lassen die Götter, das Land nicht im Stich. Wenn das Wasser im September am höchsten steht, werden die Beamten anhand des Pegelstands die voraussichtlichen Erntemengen errechnen und entsprechend die Steuern für die Bauern festsetzen können. Von der südlichen Grenze Ägyptens zieht sich das an manchen Stellen gut 20 Kilometer, oft aber auch nur 5 Kilometer breite Niltal über 900 Kilometer nach Norden. Dieser schmale Streifen urbaren Landes heißt Oberägypten. Schließlich fächert sich der Nil in sieben Mündungsarme auf und formt das weitläufige Nil-Delta, Unterägypten genannt. Die beiden Landesteile geeint hat erstmals der Pharao Menes, dessen Regierungszeit am Beginn des dritten Jahrtausends steht. Menes gründete auch die Stadt Memphis, symbolträchtig am Übergang des Niltals ins Nil-Delta gelegen, in der fortan die Pharaonen residieren. Das Alte Reich, die erste Hochzeit des Alten Ägyptens, nimmt 300 Jahre nach Menes seinen Anfang. Der erste Pharao, der dem Alten Reich seinen Stempel aufdrückt, ist Djoser, der um 2700 v. Chr. regiert. Unter seiner Ägide kommt es zur Neuordnung Ägyptens, das fortan in mehr als drei Dutzend Gaue eingeteilt ist. Die Gaue werden von Verwaltungsbeamten überwacht, die wiederum der Kontrolle der Spitzenbeamten am königlichen Hof unterliegen. Und über allen thront der Pharao. Eine solch straffe Verwaltung funktioniert nicht ohne schriftliche Aufzeichnungen. Und so fällt es ebenfalls in die Zeit König Djosers, dass die Hieroglyphen, die bereits seit Jahrhunderten verwendet werden, entscheidend weiterentwickelt werden können. Waren die Zeichen bis dahin vor allem eine symbolhafte Kultschrift für Repräsentations- und Herrschaftszwecke, so stehen sie nun immer mehr für bestimmte Silben oder einzelne Laute. Aus Bildern wird eine Schrift. Als Schreibmaterial dienen Rollen aus Papyrus, auf denen die Schreiber ihre Zeichen in senkrechten Zeilen von rechts nach links setzen. Ägypten mit seinen eineinhalb Millionen Einwohnern ist zu dieser Zeit das vielleicht reichste Land der Welt. Doch dieser Reichtum ist sehr ungleich verteilt. Die meisten Menschen sind Bauern, die zu staatlichen Ländereien gehörende Felder bestellen und von ihren Ernten erhebliche Abgaben an die Beamten leisten müssen. Die Handwerker sind praktisch ausnahmslos bei Staatsbetrieben angestellt. Auch der Handel ist vom Pharao monopolisiert, allen voran die Einfuhr begehrter Rohstoffe wie Zedernholz aus dem Libanon und nubisches Gold. Vielleicht 5000 Menschen umfasst die gesamte Beamtenschaft. Doch nur wenige hundert hochrangige Staatsdiener, oftmals Mitglieder der Königsfamilie, verfügen über eigene Landgüter. Die ägyptische Gesellschaft ist in diesem dritten Jahrtausend stark ländlich geprägt. Größere Städte finden sich nur wenige. Und selbst die Hauptstadt Memphis ist alles andere als imposant. Im Zentrum aller Anstrengungen stehen keine Werke für das Diesseits, sondern die Grabbauten der Pharaonen. Und so entsteht unter Djosas Regentschaft der älteste monumentale Steinbau der Menschheitsgeschichte. Über sechs Stufen erhebt sich eine Pyramide aus Stein 60 Meter in den Himmel. Kein Palast für hier und jetzt, nein, eine Residenz für die Ewigkeit. Sein Sarkophag liegt in einer unterirdischen Grabkammer, eine Statue des Pharaos selbst hält Wache. Sie zeigt Djoser, ein festliches Gewandtragend. Das fein gefaltete königliche Kopftuch bedeckt eine schwere Perücke. Hervortretende Backenknochen, herabgezogene Mundwinkel und tiefliegende Augen markieren seine Gesichtszüge. Seine Oberlippe ziert ein kleiner Schnurrbart. Am Kinn trägt er den Zeremonialbart. In die Wand gegenüber der Statue sind zwei Seeschlitze eingelassen, auf das der Tote zum Himmel aufschauen kann. Rund hundert Jahre nach Djoser sitzt Cheops auf dem Pharaonenthron. Er ist entsprechend altägyptischer Tradition mit seiner Schwester Meritites verheiratet und zählt auch eine blonde blauäugige Libyerin zu seinen Ehefrauen. Es steht außer Zweifel, dass er ein König von machtvoller Entschlossenheit ist. Mehrere Jahrzehnte regiert er nun schon und noch immer strahlt sein Antlitz mit ausladender Stirn, breitem Gesicht und gedrungener Kinnpartie seine Willensstärke aus. Doch allmählich merkt er, dass seine Lebenskräfte zu schwinden beginnen. Die Baumeister sind gerade dabei, die Verkleidung der Pyramide mit glatt poliertem, weißschimmerndem Kalkstein fertigzustellen. Cheops ist voller Hoffnung, dass seine Pyramide noch vor seinem Tod vollendet wird. Sein Vesier, Hemionu, hat ihm die beruhigende Nachricht überbracht, dass die Nilflut eingesetzt hat und so keine Missernten oder gar Hungersnöte die Fertigstellung beeinträchtigen dürften. Und tatsächlich, rechtzeitig vor Cheops Tod wird die Pyramide fertiggestellt, die ihm, hell wie ein Bündel Sonnenstrahlen, den Weg in den Himmel weisen soll. Bis zu seiner Beisetzung vergehen noch einige Wochen. Zunächst gilt es, die sterbliche Hülle des Pharaos für die Ewigkeit zu präparieren. Der Leichnam liegt, nachdem Gehirn und innere Organe entnommen worden sind, rund zwei Monate in einer Natronlauge und anderen Chemikalien, bevor er mit Leinenbinden umwickelt in den Sarkophag gebettet wird. In einer feierlichen Prozession begleiten die Mitglieder der königlichen Familie und die höchsten Würdenträger des Staates die sterblichen Überreste des Pharaos zu seiner letzten Ruhestätte. Zunächst bringt ein festlich geschmücktes Boot den Sarkophag auf dem Nil zu einem prachtvollen Tempel. Die Beisetzungsfeierlichkeiten selbst finden im nahe der Pyramide gelegenen Totentempel statt. Die Reise des Pharaos ins Jenseits ist ein gefährliches Unterfangen, das der Unterstützung aufwendiger Rituale und Beschwörungen bedarf. Schließlich erreicht der Sarkophag des Cheops die in der Mitte der Pyramide gelegene Grabkammer. Man gibt ihm Speisen und Getränke, Gerätschaften und Schmuck, Diener und Bauern mit ins Grab, sei es gegenständlich, sei es in Form bildlicher Darstellungen. Der Pharao führt auch zwei Boote aus Zedernholz mit sich, auf denen er in Begleitung der Götter über den Himmel ziehen wird. Erst jetzt kann der neue König den Thron besteigen und sich die weiße Krone Oberägyptens und die rote Krone Unterägyptens aufs Haupt setzen. Von den nachfolgenden Pharaonen werden Kefren und Mykerinos ihre Pyramiden neben der des Cheops errichten lassen. An Größe und Vollkommenheit werden sie jedoch nicht an das Bauwerk ihres Vorgängers heranreichen können. Erst ab dem Jahr 2200 v. Chr. bricht die alte Ordnung in sich zusammen. Den Gauen stehen längst keine, dem Pharao verpflichtete Beamten mehr vor, sondern mächtige Fürsten, die skrupellos ihre eigenen Interessen verfolgen. Gewalt bestimmt den Alltag. Und fallen die Überschwemmungen des Nils einmal geringer aus, leidet das Land gleich Hunger, da es keine zentralen Getreidevorräte für Notzeiten mehr gibt. Doch schon mit dem Beginn des zweiten Jahrtausends v. Chr. wird über Ägypten wieder ein starker Pharao herrschen und das Land in eine neue Blütezeit führen. Im Alten Reich schien die Zeit über Jahrhunderte gleichförmig dahin zu fließen. Keine äußeren Einflüsse, keine Invasoren, keine Einwanderer bringen die geschlossene Ordnung des von Wüsten und dem Meer umschlossenen Landes durcheinander, bis es von innen heraus zerfällt. Die kolossalen Bauwerke, die die alten Ägypter geschaffen haben, ihr ausgeklügeltes Staatswesen, ihre Schriftzeichen und ihre feingearbeiteten Statuen, versetzen uns noch heute in Staunen und lassen uns voll Ehrfurcht auf eine längst vergangene Hochkultur blicken. Von Ägypten machen wir uns auf nach Osten zu unserem nächsten Reiseziel, dem Industal, das sich vom Himalaya bis zum Indischen Ozean erstreckt. Von 2600 bis 1700 v. Chr. erblüht auf dem Gebiet des heutigen Pakistans sowie des nordwestlichen Indiens eine bedeutende Hochkultur. Städte mit mehreren zehntausend Einwohnern entstehen, Handelsbeziehungen zu anderen Völkern werden aufgebaut und eine klare Arbeitsteilung zwischen Stadt- und Landbevölkerung schafft höchste Effizienz. Doch während die Pyramiden von Gizeh bis heute von der ruhmreichen Größe des alten Ägyptens künden, ist die Erinnerung an diese alte Hochkultur am Indus für einen Zeitraum von fast 4000 Jahren erloschen. Erst Anfang der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts schwarnt britischen Archäologen, dass sie bei ihren Grabungen im indischen Harappa die Überreste einer bis dato unbekannten Zivilisation entdeckt haben, die den Vergleich mit dem alten Ägypten nicht scheuen muss. Bis heute sind ihre bildhaften Zeichen nicht entziffert, die Namen ihrer Götter und Herrscher unbekannt. Allein die freigelegten Grundmauern der Städte und die darin gefundenen Gegenstände sprechen zu uns. Die Induskultur. Eine rätselhafte Hochkultur. Südliches Asien, 2200 v. Chr. Ochsenkarren, schwer beladen mit wertvollen Waren, rattern durch die breiten Straßen. Menschentrauben schieben sich zwischen ihnen hindurch. Am Ufer des Induszuflusses Ravi werden Boote beladen, die Handelsgüter nach Süden bringen sollen. Hektisches Treiben bestimmt den Alltag in der 50.000 Einwohner zählenden Stadt Harappa, die Handelsmetropole und Machtzentrum des oberen Industals ist. Kunstschmiede verarbeiten aus Rajasthan geliefertes Kupfer zu Werkzeugen und Schmuckstücken. Weber und Ferber stellen aus indischer Baumwolle feinste Tuche her. Geschickte Handwerker verarbeiten Lapislazuli aus Persien, Yadeit aus Tibet und Muscheln von der Küste des arabischen Meeres zu kleinen Kostbarkeiten, Halsketten und Armreifen, Statuen und Spielsachen. Eine erfolgreiche Händler- und Handwerkergesellschaft hat sich im Industal etabliert. Ihr Wohlstand beruht nicht auf militärischer Macht, sondern auf einem feingesponnenen Netz von Handelsbeziehungen. Ihren Reichtum stellt sie nicht in Prunkbauten für ihre Herrscher zur Schau, sondern finanziert damit die modernsten Metropolen ihrer Zeit. Harappa ist die größte Stadt im Industal. Ihretwegen wird die Induszivilisation auch oft als Harappakultur bezeichnet. Die Stadt besteht aus einer Zitadelle mit dem politischen und wirtschaftlichen Zentrum, die auf einem künstlich errichteten Hügel liegt, sowie einer befestigten Unterstadt, in der die Bevölkerung wohnt und arbeitet. Das Stadtbild wirkt wie auf einem Reißbrett angelegt. Es zeigt mehrere rechteckige Wohnblocks, zwischen denen in Nord-Süd- und Ost-West-Richtung 10 Meter breite Hauptstraßen verlaufen. Die Wohnblocks selbst sind von kleineren Straßen und Gassen durchzogen, die ebenfalls rechtwinklig angeordnet sind. Kein Haus ragt auch nur einen Fuß breit in eine der Straßenfluchten hinein. Darüber hinaus verfügt Harappa über ein unterirdisches Kanalsystem, das ein wahres Wunderwerk der Ingenieurskunst ist. Die Bevölkerung wird durch dieses System einerseits mit Frischwasser versorgt, andererseits werden die Abwässer aus der Stadt hinausgeleitet. Praktisch jedes der meist zweistöckigen Häuser hat eine Latrine und in den zahlreichen Innenhöfen finden sich Trinkwasserbrunnen. Als Baumaterial verwenden die Menschen keine beschlagenen Steinquader, sondern gebrannte Ziegelsteine, von denen einer dem anderen in Form, Größe und Farbe haargenau gleicht. 640 Kilometer weiter flussabwärts, am Unterlauf des Indus, liegt Mohenjo-Daro. Trotz der großen Entfernung scheint die etwa gleich große Stadt das Ebenbild Harappas zu sein. Auch hier gibt es die Trennung zwischen der Wohnstadt und einer erhöht liegenden Festung als Zentrum der Macht. Die am Fuße bis zu 13 Meter starken Mauern bieten Schutz nicht nur vor Invasoren, sondern auch vor den im Frühjahr und Sommer anschwellenden Fluten des Indus. Innerhalb der Festungsmauern befinden sich große Versammlungshallen und andere Bauten, die offensichtlich kultischen Zwecken dienen. Den Mittelpunkt bildet das große Bad, ein etwa drei Meter tiefes Bassin, das für rituelle Waschungen benötigt wird. An das Bad schließt sich ein großes Gebäude an, das hohe weltliche oder religiöse Würdenträger beherbergt. Monumentale Tempel, erhabene Denkmäler oder prachtvolle Paläste? Fehlanzeige. Stattdessen befindet sich auf dem Festungshügel ein riesiger Kornspeicher, der bequem von außen befüllt werden kann. Im ganzen Indus-Tal finden sich Dutzende kleinere und größere Städte, die von denselben Stadtplanern erbaut zu sein scheinen. Überall einheitliche Maße und Gewichte. Überall kunstvolle Siegel mit immer wiederkehrenden Symbolen und Zeichen. Vom Fuß des Himalaya im Norden bis zum Indischen Ozean im Süden, von den Ausläufern des Ganges-Tals im Osten bis nach Persien im Westen erstreckt sich die Indus-Kultur. Wo es so viele kulturelle und wirtschaftliche Gemeinsamkeiten gibt, liegt es eigentlich nahe, dass auch ein gemeinsames Staatswesen mit einer einheitlichen Verwaltung existiert. Die Macht könnte in den Händen einflussreicher Kaufleute liegen. Vielleicht regiert hier aber auch ein gottgleicher Priesterkönig, wie ihn andere Hochkulturen jener Zeit kennen. Es kann gut sein, dass eine Steinbüste aus Mohenjo-Daro einen solchen Priesterkönig darstellt. Edelsteinbesetzte Bänder um Kopf und Arme sowie das aufwendige Kleeblattmuster seines Gewandes weisen die Figur in jedem Fall als Würdenträger aus. Er trägt einen penibel gestutzten Bart, seine Lippen sind wulstig, die Augen lang und schmal. Sein Gesichtsausdruck ist ungerührt. Ja, er strahlt im vollen Bewusstsein seiner Macht eine fast übernatürliche Gelassenheit aus. Seine Aufgaben dürften es sein, das gesellschaftliche Leben zu regeln und den Handel zu schützen, der dem Volk seinen Wohlstand beschert. Entscheidend für die Entfaltung der großstädtischen Lebensweise im Industal ist die Versorgung mit Lebensmitteln aus dem Hinterland. Auf dem Speiseplan der Menschen stehen Brot aus Weizen und Gerste, Datteln, Melonen und Erbsen. Für die rechte Würze sorgen Senfkörner und Sesam. Es gibt Schweinefleisch, Lamm und auch Büffel. Außerdem tauchen in der Region zum ersten Mal bis dato wildlebende Hühner als Haustiere auf. Solange die Städter den Bauern Werkzeuge, Schmuck und alles, was diese sonst noch begehren, bieten können, sind sie sich auch ihrer Lebensmittelversorgung sicher. Die Arbeitsteilung zwischen Land- und Stadtbevölkerung funktioniert perfekt. Der Handel blüht. Ihre Waren verkaufen die Händler aber nicht nur in der Umgebung ihrer Städte oder innerhalb des eigenen Tales bis nach Mesopotamien. Tausende Kilometer im Westen reichen ihre Handelsbeziehungen. Alte Texte der dort ansässigen Sumerer erzählen vom Handel mit dem fernen Land Meluha, so ihr Name für die Induskultur. Doch wie gelangen die Waren dorthin? Auf den zweirädrigen Ochsenkarren, die für den Transport in den ebenen Schwemmlanden des Industals hervorragend geeignet sind, wohl kaum. Nein, der Fernhandel kann eigentlich nur über das Meer erfolgen. Die am Indischen Ozean gelegene Stadt Lothal ist der Hochseehafen des Indusreichs. Von hier aus stechen mit Baumwollstoffen, Edelsteinen und anderen Kostbarkeiten beladene Segelschiffe in See, die ihre Reise immer in Sichtweite der Küste bis in den vorderen Orient führt. Geschäftstüchtige Händler und geschickte Ingenieure sind die Menschen am Indus zweifelsohne. Doch Briefe, Inschriften oder andere Schriftstücke sind nicht überliefert. Aber wie haben die Menschen dann ihre Wirtschaft geregelt und über größere Entfernungen Informationen ausgetauscht? Von großer Bedeutung sind kleine, rechteckige Siegel aus Specksteinen. Mit ihnen können die Kaufleute ihr Eigentum zweifelsfrei markieren, indem sie an den Speichertüren und auf der Verschnürung von Handelsgütern einen gestempelten Tonklumpen als Plombe anbringen. Auf den nur wenige Zentimeter großen Siegeln finden sich zum einen Tierbilder von einer brillanten Detailtreue. Zum anderen legt ein in Harappa gefundenes Motiv nahe, dass Elemente der Induskultur vielleicht doch Eingang in die weitere Geschichte Indiens gefunden haben. Das Siegel zeigt das Bildnis eines Mannes mit mehreren Gesichtern in meditierender Haltung. Den Phallus deutlich sichtbar. Er ist umgeben von Tieren der Wildnis wie Tigern, Elefanten und Nashörnern. Ist dieses Bild die älteste Darstellung von Shiva, dem großen Gott der Hindus, in seiner Rolle als Herr der wilden Tiere? Auf jedem Siegel befinden sich über dem Tierbild Zeichen, von denen bis zu 400 verschiedene bekannt sind. Doch weist die längste Zeichenfolge nur 17 Symbole auf. Nicht viel Platz, um eine Geschichte zu erzählen. Was sollen die Zeichen also darstellen? Vieles spricht dafür, dass es sich um die Namen der Besitzer oder eine Art Familienwappen handelt, vielleicht aber auch um den Bestimmungsort der Ware oder den Inhalt des Transports, wenn es wirklich so ist, dass die Zeichen auf den Siegeln keine Schrift darstellen. Dann stellt sich die Frage, warum die Menschen der Induskultur auf schriftliche Aufzeichnungen verzichten. Sie wissen doch von ihren Handelspartnern sehr wohl, dass es möglich ist, Sprache als Schrift festzuhalten. Fürchten ihre Herrscher etwa einen Machtverlust? Reine Spekulation. Ein Volk ohne Schrift. Gleichförmige Städte ohne Prunk. Kein erkennbarer Jenseitskult. Ja, ist denn das Einzige, was die Menschen am Indus interessiert, das Geld verdienen? Kennen sie in ihrer geordneten Welt denn nur die Arbeit? Haben sie gar keinen Sinn für die schönen Seiten des Lebens? Vielleicht gibt die geheimnisvolle Bronzestatue des tanzenden Mädchens aus Mohenjo Daro die passende Antwort. Die bis auf ihren Schmuck nackte hat so gar nichts von der üppigen Weiblichkeit, die Frauenfiguren jener Epoche anderswo charakterisiert. Die Tänzerin stellt ihren schlanken, feingliedrigen, fast knabenhaften Körper mit einer entzückenden Sorglosigkeit zur Schau. Ihr Haar trägt sie zu einem kunstvollen Knotengeflochten. Ihre Gesichtszüge zeigen volle Lippen und eine breite Nase. Ihr Stand scheint schwerelos. Eine Hand ruht auf ihrer sich wiegenden Hüfte. Ihren Kopf wirft sie leicht nach hinten, als ob sie ihr Gegenüber mit dieser verführerischen Pose herausfordern möchte. Sehen so Menschen aus, die ihr ganzes Dasein am schnöden Mammon ausrichten? Wohl kaum. Vielleicht hat das Fehlen von monumentalen Bauwerken auch einen ganz unspektakulären Grund. Ziegelsteine verformen sich mit wachsendem Gewicht, sodass die Höhe der Gebäude recht schnell ihre natürliche Grenze erreicht. Außerdem setzen Sonne, Salz und Wind den Ziegeln und dem sie verbindenden Schlammmörtel zu. Stein als Baumaterial gibt es in der Region nicht. Selbst wenn die Menschen der Induskultur es gewollt hätten, mit Ziegeln hätten sie es nie und nimmer geschafft, den Jahrtausenden trotzende Bauwerke zu schaffen. Bleibt als letzte Frage, wie diese Hochkultur ein Ende finden konnte, das die Erinnerung an sie völlig auszulöschen vermochte. Es wird über Erdbeben oder andere Naturkatastrophen gerätselt oder über Invasoren, die der Bevölkerung in einem gnadenlosen Gemetzel den Garaus machten. Doch dafür scheint die Fläche, auf der die Induskultur angesiedelt war, viel zu groß. Da ist es schon eher wahrscheinlich, dass das Zusammenwirken mehrerer Faktoren den raschen Niedergang der Indus-Zivilisation herbeiführte. Ein Faktor sind jedenfalls schlechter werdende Umweltbedingungen, wahrscheinlich sogar menschengemacht, etwa durch Abholzung und Überweidung. Ausgetrocknete Flussbetten sprechen hier eine deutliche Sprache. In dem Moment aber, in dem die Landbevölkerung immer weniger Lebensmittel erzeugt, können auch die Städte nicht mehr lange mitversorgt werden. Die Stadtbevölkerung ist gezwungen, fortzuziehen. Darunter leidet wiederum der Handel und so verlieren die Menschen ihre Existenzgrundlage. Und schließlich steht fest, dass das Volk der Arias um die Zeit des Niedergangs der Induskultur nach Indien eindringt und dort bald die herrschende Schicht bildet. Diese Landnahme erfolgt natürlich auch mit Gewalt. Und davon bleiben auch die ohnehin schon der niederliegenden Städte im Industral nicht verschont. Überraschend ist jedoch, dass über Jahrtausende nicht die geringste Spur an diese hochentwickelte Kultur erinnerte. Dass es trotz der städtebaulichen Meisterleistungen, trotz des regen Handels mit anderen Kulturen möglich ist, für Jahrtausende spurlos aus dem Gedächtnis der Menschheit zu verschwinden und damit beinahe auch durch das Raster der Geschichtsschreibung zu fallen. Was von der Harappa-Kultur, jener bis heute in so vielerlei Hinsicht unbekannten Zivilisation im Industal bleibt, ist die Erkenntnis, dass der Lauf der Geschichte auch die Spuren von eindrucksvollen Zivilisationen bis zur Unkenntlichkeit verwischen kann. Dank ihrer Schrift präsent sind dagegen die frühesten Hochkulturen in Mesopotamien, dem sogenannten Zwei-Strom-Land im vorderen Orient. Mesopotamien, die Geburt der Keilschrift. Das Zwei-Strom-Land zwischen Euphrat und Tigris, drittes Jahrtausend vor Christus. Sechs Tage und sieben Nächte lang kamen Sturzbecher herab, blies der Wind, heulte der Sturm, machte die Sintflut das Land dem Erdboden gleich. Als der siebte Tag anbrach, ließen die Sturmbände nach, hörte die Sintflut auf. Der Ozean, der sich hin und her geworfen hatte wie eine Frau in den Wehen, beruhigte sich. Der Sturm wurde still und die Sintflut ließ nach. Ich schaute nach dem Wetter. Der Himmel war friedlich und still, aber die gesamte Menschheit war zu lähm geworden. Eben und weit lag die Flut, flach wie das Dach eines Hauses. Ich setzte mich, ich kniete und weinte. Diese Worte stammen, nein, nicht aus der Bibel, sondern aus dem Gilgamesch-Epos, dessen Entstehungsgeschichte bis ins dritte Jahrtausend vor Christus zurückgeht. Das Epos, das über 3600 Verszeilen auf elf Tontafeln umfasst, erzählt die sagenhafte Geschichte des Königs Gilgamesch, der zu zwei Dritteln Gott und zu einem Drittel Mensch ist. Diese Erzählung ist eines der, wenn nicht das älteste literarische Werk, das die Menschheit kennt. Und es ist alles andere als eine Überraschung, dass es aus Mesopotamien stammt. Schließlich gilt das sogenannte Zwei-Strom-Land zwischen den beiden Flüssen Euphrat und Tigris als Wiege der Zivilisation. Nicht nur, weil hier Landwirtschaft und Städtebau ihren Ursprung haben, sondern auch, weil in Mesopotamien die Keilschrift erfunden wird, das älteste Schriftsystem der Welt. Es ist die Zivilisation der Sumerer, die sich an der Wende vom 4. zum 3. Jahrtausend vor Christus am Unterlauf von Euphrat und Tigris zur ältesten bekannten Hochkultur der Menschheit entwickelt. Die Sumerer gründen Städte wie Ur und Uruk, bauen Kanäle für die künstliche Bewässerung ihrer Felder. Handel und Handwerk blühen auf. Nicht ein großes Reich ist ihnen Heimat, sondern eine Vielzahl von Stadtstaaten, die in großer Rivalität zueinander stehen und die sich in ihrer Vormachtstellung ständig abwechseln. Über die befestigten Städte, deren Mittelpunkt stets eine große Tempelanlage bildet, herrschen Priesterkönige. Der berühmteste ist Gilgamesch, der um das Jahr 2700 v. Chr. über die Stadt Uruk herrscht und als sagenhafter Held im eingangs erwähnten Epos verewigt wird. Die Beamten der sumerischen Priesterfürsten müssen über Getreide und Vieh wachen, das in die zum Tempel gehörenden Lagerhäuser und Ställe gebracht und von dort verteilt wird. Allein im Kopf können die Verwalter diese Fülle von Informationen bald nicht mehr behalten. Sie müssen sie sich anders merken. Also beginnen die Beamten, kleine Steinchen in Hohlkugeln aus Ton einzuschließen. Jedes Steinchen steht dabei für eine bestimmte Menge eines Gutes, also etwa für einen Schäffel Getreide oder ein neugeborenes Schaf. Will man nun aber wissen, wie viele Steinchen in der Tonkugel sind oder deren Zahl ändern, muss man diese zerbrechen. Also beginnen findige Verwalter damit, außen auf die Tonkugel Symbole einzuritzen, die für jeweils eines der darin enthaltenen Steinchen stehen. Nun ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis sie die Steinchen ganz weglassen. Damit erübrigt sich auch bald die hohle Kugelform, die durch flache Tonkissen ersetzt wird, in die die Beamten ihre Zeichen einritzen. Die Symbole sind zunächst sehr anschaulich. Ein Rinderkopf steht für ein Rind, eine Ähre für Getreide. Da es aber aufwendig ist, diese bildlichen Darstellungen in den Ton einzuritzen, vereinfachen sich die Sumerer die Sache bald. Sie stilisieren die Zeichen immer mehr, sodass nur noch Schriftkundige ihre Bedeutung kennen. Außerdem gehen sie dazu über, statt eine Linie mit der Spitze des Schreibgriffels zu ziehen, den Griffel einfach der Länge nach in den Ton einzudrücken. Da das vordere Ende breiter ist, erhalten die Linien nun die Form eines Keils. Es entsteht die bis heute bekannte Keilschrift. Lesen und Schreiben können aber nur die wenigsten Menschen. Selbst Könige, Priester oder Richter sind meist Analphabeten. Es werden ausgebildete Schreiber beschäftigt, die bald einen eigenen, hoch angesehenen Berufsstand bilden und dank ihrer Schriftkenntnis nicht selten zu den heimlichen Herrschern im Staate werden. Die Ausbildung zum Schreiber erfolgt in eigens dafür eingerichteten Schulen. Sie beginnt bereits im Kindesalter, ist langwierig und teuer, sodass nur wohlhabende Familien ihre Söhne in den Unterricht schicken können. Die Schüler lernen nicht nur die Symbole und ihre Bedeutung, sondern auch Rechnen, Zeichnen und Grammatik. Zur Übung müssen sie Aufsätze, Fabeln und Gedichte verfassen, ihr Wissen immer wieder in Prüfungen unter Beweis stellen. Die sumerische Keilschrift entwickelt sich im Laufe des dritten Jahrtausends ständig weiter. Anfangs stellen die Symbole nur gegenständliche Dinge dar, was für die Verwaltung der Wirtschaftsgüter völlig ausreicht. Aber wie steht es um Verben, abstrakte Begriffe, Eigennamen? Auch hierauf haben die sumerischen Schreiber eine Antwort. Die Zeichen können nun, je nach Zusammenhang, nicht nur das eigentliche Wort bezeichnen, sondern mehrere inhaltlich verwandte Bedeutungen haben. Das Symbol für Fuß beispielsweise kann auch Stehen oder Gehen heißen. Andererseits stehen die Zeichen mehr und mehr für ihren Lautwert, sodass sich auch neue Worte oder fremde Namen problemlos in den Ton drücken lassen. Anders als bei einer bildhaften Schrift, bei der in der Regel mehrere tausend verschiedene Symbole nötig sind, kommt die abstrakte Keilschrift bald mit wenigen hundert Zeichen aus. Jeder Name, Begriff oder Gedanke lässt sich mit den bestehenden Zeichen darstellen. Das ist es, was das Wesen einer echten Schrift ausmacht. Über Jahrtausende wird die Keilschrift im Einsatz sein. Und selbst die Ägypter, die mit den Hieroglyphen ja über eine eigene, aber kompliziertere Schrift verfügen, nutzen bei internationalen Handelsbeziehungen die Keilschrift. Doch zurück zu den Sumerern. Das Zentrum ihrer Städte bildet immer ein großer Tempel, der auf einer Erhebung gelegen, in der flachen Landschaft schon von Weitem sichtbar ist. Jede Stadt hat ihr Heiligtum einer der zahlreichen Gottheiten geweiht. Der Tempel von Uruk zum Beispiel ist der Göttin der Liebe und Fruchtbarkeit gewidmet. Der Mondgott hat seine irdische Residenz in Ur. Das wichtigste Heiligtum befindet sich aber in der Stadt Nippur, die dem Himmels- und Schöpfergott einen monumentalen Tempel erbaut hat, den ein mächtiger Stufenturm überragt. Die Tempel sind bei den Sumerern nicht nur ein Ort der Religion und des geistigen Lebens, sondern stets auch Mittelpunkt weltlicher Macht. Vom Tempel aus kontrollieren Priester mithilfe einer gut organisierten Beamtenschaft das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben. Innerhalb der Stadtmauern befinden sich auch die Wohnquartiere der Bürger. Ihre Häuser sind aus luftgetrockneten Lehmziegeln, oft ohne Fenster, und sollen vor allem tagsüber Schutz vor der unerbittlich brennenden Sonne bieten. Auf dem Dach trocknen die Menschen Früchte, wie Datteln oder Feigen. Oft sitzen sie dort auch in den Abendstunden zusammen, um eine kühle Brise zu erhaschen. Im Haus sorgt ein Gefäß mit Sesamöl, in dem ein Wolldort brennt, für Licht. Kleine Statuen sind aufgestellt, um böse Geister fernzuhalten. Vor den Befestigungsanlagen liegt die Vorstadt, in der sich Bauernhöfe, Viehställe und auch Felder befinden, auf denen Gemüse, Zwiebeln, Salat und Gurken angebaut werden. Schließlich haben die meist am Fluss gelegenen Städte noch einen Hafenbezirk, der gleichzeitig Markt- und Handelszentrum ist. Dort gelten eigene Gesetze. Und auch fremden Händlern ist es erlaubt, ihre Waren feil zu bieten. Ein großer Teil der Bürger, Schreiber, Handwerker, Arbeiter, steht unmittelbar in den Diensten des Tempels. Unter den Handwerkern finden sich nicht nur Töpfer, Weber oder Schmiede, sondern auch Spezialisten wie Siegelschneider oder Braumeister. Auch Sklaven gibt es natürlich, seien es Kriegsgefangene oder Menschen, die ihrer Schulden wegen Frohendienste leisten müssen. Jeder Tempelbedienstete wird entsprechend der Bedeutung seiner Arbeit entlohnt. Ein höherer Schreiber erhält bis zu 300 Scheffel Gerste im Monat. Ein einfacher Arbeiter nur 60. Zusätzliches Getreide gibt es für Frau und Kinder. Grundnahrungsmittel sind dünne Fladenbrote und Bier. Mindestens einen Liter frisch gebrautes Gersten- oder Emmerbier erhält ein Mann täglich. Auch Frauen und Kinder bekommen ihre Ration dieses dünnen, nur leicht alkoholischen Malzbiers. Damit die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln gesichert ist, auch wenn Fluten- oder Heuschreckenschwärme einmal eine Ernte vernichten, unterhalten die Tempelpriester große Kornspeicher. Zudem sind sie für die Instandhaltung des ausgeklügelten Kanalsystems zur Bewässerung der Felder verantwortlich. Für die meisten Menschen bedeutet dies, dass sie alles zum Leben haben, was sie brauchen, aber auch nicht mehr. Wirklichen Reichtum genießt die Bevölkerung nur, wenn ihr Herrscher erfolgreich eine andere Stadt überfallen hat und die Beute großzügig unter den Beamten und Soldaten aufteilt. Und da sich die Machtverhältnisse am Unterlauf von Euphrat und Tigris ständig verschieben, ist nur wenigen Städten dauerhafter Wohlstand. Mesopotamien ist zu keiner Zeit ein ethnisch einheitliches Gebiet. Immer wieder wandern im Laufe der Jahrhunderte neue Stämme und Volksgruppen ein und vermischen sich mit der heimischen Bevölkerung. Während die Sumerer im Süden des Landes die Bevölkerungsmehrheit stellen, stammen die Menschen im Norden von semitischen Nomaden ab, die aus den umliegenden Wüsten ins fruchtbare Zweistromland gekommen sind. Lange Zeit haben die Sumerer die Geschichte Mesopotamiens bestimmt und geprägt. In der zweiten Hälfte des dritten Jahrtausends v. Chr. greifen aber andere Völker des Zweistromlandes nach der Macht. Dabei sieht es zunächst aus, als könne Lugalzagesi, Priesterkönig des sumerischen Umar, der Kleinstaaterei ein Ende bereiten. Er weitet seinen Einfluss auf wichtige Städte wie Uruk und des heiligen Dipur aus. Auch nutzt er die Gelegenheit, sich die Königsstadt Kisch untertan zu machen, die schon im semitisch geprägten Teil Mesopotamiens liegt. Doch dort, am Hofe des zum Vasallen degradierten Königs, findet sich ein junger Mann, der diese Schmach nicht hinnehmen will. Er stößt den schwachen Herrscher vom Thron und macht sich selbst zum König. Als Sargon von Akkad wird er in die Geschichte eingehen. Als der Mann, der erstmals Mesopotamien unter einer Herrschaft zu einen vermag. Wer ist dieser Mann, der scheinbar aus dem Nichts in den Mittelpunkt der Geschichte rückt? Semitischer Herkunft ist er, so viel steht fest. Doch schon um seine Geburt ranken sich Legenden. Seine Mutter habe ihn als kleinen Jungen in einen mit Pech versiegelten Korb gelegt und auf dem Fluß ausgesetzt. Ein Schäfer habe ihn gerettet und wie sein eigenes Kind aufgezogen. Gärtner sei er gewesen, bis er als junger Mann an den Hof des Königs von Kisch kam, um diesem als Mundschenk zu dienen. Als er sich an die Macht putscht, kann er auf die Unterstützung seiner semitischen Stammesgenossen zählen. Er kündigt dem Sumerer König Lugalzagesi die Gefolgschaft und eint die Städte des semitischen Nordens hinter sich. Seinen Regierungssitz schlägt er in der neu gegründeten Stadt Akkad auf und rüstet zum Kampf. In drei Feldzügen, in nicht weniger als 34 Schlachten, besiegt er schließlich das Heer Lugalzagesis und seiner sumerischen Bundesgenossen. Den Erfolg sichert ihm der kämpferische Elan seiner Gefolgsleute, die ohne schwerfällige Streitwagen und mit leichten Waffen in aufgelockerter Formation vorgehen. In letzter Not verschanzt sich Lugalzagesi hinter den mächtigen Mauern der Stadt Uruk, die noch der sagenhafte Gilgamesch errichtet haben soll. Doch Sargons Leuten gelingt es, die Festungsanlage zu durchbrechen und den Widersacher gefangen zu nehmen. Sargon lässt Lugalzagesi ins Halsholz der Sklaven zwingen und am Tor des Tempels von Nippur, dem höchsten Heiligtum der Sumerer, zur Schau stellen. Drinnen im Tempel ruft er sich zum König des Landes aus, zum Herrscher über Sumer und Akkad. Zum ersten Mal in der Geschichte steht nun ganz Mesopotamien, Norden wie Süden, unter der Herrschaft eines Mannes. Eine Kupferbüste lässt den Eindruck, den Sargon von Akkad auf seine Zeitgenossen gemacht haben muss, erahnen. Er trägt ein edles Stirnband und eine minutiös gewellte Haar- und Barttracht. Majestätisch ist sein Gesichtsausdruck, bannend sein Blick. 56 Jahre wird seine Regierungszeit dauern. Sargon begründet eine Ära des Wohlstands für Mesopotamien. Dazu tragen nicht zuletzt seine Eroberungszüge gegen benachbarte Länder bei. Vor allem wirtschaftliche Gesichtspunkte sind es, die ihn dazu treiben. Schließlich fehlt es Mesopotamien an wichtigen Rohstoffen, wie Holz und Metall, die aus anderen Ländern eingeführt werden müssen. Da liegt es nahe, sich gleich die politische Kontrolle über diese Gebiete zu sichern. So unterwirft Sargon Fürstentümer in Syrien und im Libanon, dessen reiche Zedernwälder locken. Sogar das Mittelmeer soll sein Heer erreicht haben. Auch nach Osten zieht er zu Felde und macht sich ein im heutigen Iran gelegenes Königreich untertan. Sein Volk rühmt ihn fortan als König der vier Weltgegenden und sagt über ihn, dass er auf Erden keinen ebenbürtigen Rivalen mehr habe. Gegenüber den Besiegten lässt Sargon milde walten. Die unterworfenen Fürsten dürfen zum Großteil ihren Thron behalten. Lokale Religion und Bräuche bleiben unangetastet. Dafür, dass ihm die Macht nicht wieder entgleitet, sorgt eine gut organisierte Verwaltung, an deren Spitze überall im Reich Mitglieder der Königsfamilie oder andere hochgestellte Bürger von Akkad stehen. Eine straffe Militärorganisation schützt den Handel und sichert die Tributzahlungen. Dank dieser kann er Akkad zu einer prächtigen Hauptstadt ausbauen. Der Fernhandel mit der arabischen Welt oder Indien floriert. Kunst und Literatur erreichen ungekannte Höhen. Mit dem Gilgamesch-Epos als frühestem Meisterwerk. Das akkadische Großreich wird über Sargons Tod um das Jahr 2280 v. Chr. hinaus Bestand haben. Erst unter seinem Enkel gibt es Auflösungserscheinungen. In den folgenden Jahrhunderten werden die Babylonier im Süden und die Assyrer im Norden neue Reiche errichten und die Kulturgeschichte des Zwei-Strom-Landes fortschreiben. In Keilschrift versteht sich. Auf unserer Reise durch das dritte vorchristliche Jahrtausend lassen wir nun die Hochkulturen in den Stromtälern von Euphrat und Tigris, des Indus sowie des Nils hinter uns und machen uns auf zu den undurchdringlichen Wäldern Europas, die seit dem Ende der letzten Eiszeit vor ein paar tausend Jahren den Kontinent überziehen. Die britischen Inseln sind unser Ziel, die zu dieser Zeit von Bauern der Jungsteinzeit bewohnt werden. Lange dachten selbst Altertumsforscher, dass diese Menschen Barbaren waren, derbes Volk, unfähig Großes zu schaffen, geschweige denn die Jahrtausende überdauerndes. Stonehenge, diesen geheimnisvollen Steinkreis im Südwesten Englands, ja, den hatten wohl die Römer, halt keltische Druiden errichtet. Auf jeden Fall schätzte man das Alter der imposanten Anlage auf vielleicht zweitausend Jahre. Weit gefehlt. Heute wissen wir, dass Stonehenge vor mehr als viertausend Jahren erbaut wurde. Es ist in der Tat das Werk von Menschen der ausgehenden Steinzeit. Ihre Gräber und Grabbeigaben lassen uns wie durch einen kleinen Spalt in ihre Welt hineinblicken. Stonehenge, der magische Kreis der steinernen Riesen. Südwestliches England, 2200 v. Chr. Es ist vollbracht. Der Kreis mächtiger Sandsteinblöcke ist geschlossen. Gewaltige querliegende Decksteine verbinden die 30 aufrecht stehenden Blöcke. In der Mitte des Kreises sind in Hufeisenform noch einmal 5 Triliten, also je 2 mit einem Deckstein verbundene Felsblöcke, angeordnet. Die größten sieben Meter aufragend und 50 Tonnen schwer. Zwischen den Sandsteinformationen sind etwas kleinere, bei Regen bläulich schimmernde Steine platziert, die aus einer früheren Bauphase stammen. Die großen Sandsteine, auch Sarsen genannt, sind 20 Meilen über hügeliges Land hierher gebracht worden. Die etwas kleineren Blausteine stammen sogar aus den mehr als 200 Meilen entfernten Bergen in Wales. Welch unvorstellbarer Kraftakt. Welch unglaubliche Leistung des Willens. Überall in Europa, aber auch in Asien und Amerika, richten Menschen in vorgeschichtlicher Zeit große Steine, sogenannte Megalithe gen Himmel. Auf den britischen Inseln ist Stonehenge weder der größte Steinkreis noch der mit den höchsten Steinen. In Avebury, 20 Meilen nördlich von Stonehenge gelegen, sind beispielsweise 154 Megaliter in drei Kreisen aufgestellt. Der Durchmesser der Anlage beträgt 400 Meter. Stonehenge misst weniger als ein Drittel davon. Und hinterlässt dennoch einen gewaltigeren Eindruck. Es ist der einzige Ort, an dem die gewaltigen Steine nicht Natur belassen, sondern in mühevoller Kleinarbeit behauen sind. Und nur hier sind die Megalithe mit waagrecht aufliegenden Decksteinen verbunden, die von Zapfen und Zapflöchern in ihrer Position gehalten und untereinander mit einer Nut- und Federkonstruktion gesichert sind. Was sind das für Menschen, die in der zweiten Hälfte des dritten Jahrtausends vor Christus ein solches Werk vollbringen? Auf keinen Fall wilde Eingeborene, die in einer unwirtlichen Umgebung um ihr tägliches Überleben kämpfen müssen. Es sind vielmehr erfahrene Landwirte, die am Übergang der Jungsteinzeit zur Bronzezeit leben. Sie roden immer größere Waldstücke, um Raum für den Anbau von Weizen und Gerste zu schaffen. In ihren Ställen stehen Kühe, Schweine und Schafe, die ihnen Fleisch, Milch und Leder liefern. Alle Werkzeuge und Waffen, die sie brauchen, Pfeilspitzen, Klingen, Äxte, fertigen sie aus Stein, meist aus leicht zu bearbeitendem Feuerstein. Abgerundete Knochen und Steinschaber helfen beim Abziehen und Verarbeiten der Tierhäute. Ihre Kleidung weben sie aus Flax oder Hanf, später auch aus Schafwolle. Der Aufbewahrung von Nahrung und Getränken dienen gebrannte Keramikgefäße, die im Laufe des dritten Jahrtausends, wie in anderen Gegenden Europas auch, vor allem eine Glockenbecherform aufweisen. Die Bauern der ausgehenden Steinzeit leben in England nicht in Dörfern oder Siedlungen, sondern in verstreut liegenden Gehöften. Ihre Behausungen sind meist aus Holz erbaut, Mose dienen als Abdichtung gegen die kalten Winterwinde, grasbewachsene Dächer schützen vor Regen. Doch gerade als Menschen, die den Großteil ihres Lebens in der Abgeschiedenheit ihrer Höfe verbringen, haben sie ein großes Bedürfnis zu regelmäßigen Zusammenkünften, sei es, um einen Ehepartner zu finden oder Tauschhandel zu betreiben. Windmill Hill, Tausend Jahre älter als Stonehenge und gut 20 Meilen nördlich gelegen, ist eine solche Versammlungsstätte. Von einem Graben umgeben liegt hier ein steinzeitlicher Markt- und Kultplatz. Kühe und Schweine, Schafe und Ziegen werden hier geschlachtet, sei es als religiöse Opferhandlung, sei es zur Feier von Festen. Die Menschen treiben Handel mit ihrem Vieh und den Gegenständen des täglichen Gebrauchs. Ob Markt, Festplatz oder Kultstätte oder alles auf einmal, an Orten wie Windmill Hill suchen und finden die Menschen die Gemeinschaft anderer, erleben und stärken ihr Gefühl von Verbundenheit. Überhaupt ist der Gemeinschaftsgedanke in der Jungsteinzeit recht ausgeprägt. Wie auch die vorherrschende Bestattungsweise in Kollektivgräbern zeigt, in den Steinkammern der Megalithgräber oder in den hölzernen Totenhäusern der Langhügelgräber. Grabbeigaben sind rar und unterscheiden sich kaum. Vor allem Keramikgefäße und steinerne Pfeilspitzen sind zu finden. Es scheint, dass es keine hervorgehobenen Positionen in dieser Gesellschaft gibt. Keine mächtigen Fürsten, keine einflussreichen Priester, die Insignien ihrer persönlichen Macht sicherlich mit ins Grab genommen hätten. Und während die Steinkreise auf den britischen Inseln im Allgemeinen als Ausdruck genau dieses Gemeinschaftsgedankens gelten, so ist es doch schwer vorstellbar, wie Stonehenge die erstaunliche technische Leistung, diese einem höheren Zweck dienende Anlage ohne starke Führung bewerkstelligt werden konnte. Muss es nicht jemanden mit Macht, Wissen und Einfluss geben, der ein solches Werk plant und seinen Bau überwacht? Treibende Kraft könnte beispielsweise der Schütze von Amesbury, den seine Grabbeigaben als Adligen oder Clanführer ausweisen, gewesen sein. Er glänzt als versierter Bogenschütze. Mit seinem zwei Meter großen Langbogen verschießt er Pfeile mit durch Widerhaken bewährten Steinspitzen, die eine enorme Durchschlagskraft entfalten und wild auch über größere Entfernungen zur Strecke bringen können. Damit ihm die zurückschnellende Sehne des Bogens nicht ins Fleisch schneidet, trägt er eine steinerne Schutzplatte an Arm und Knie. Er ist 40 Jahre alt. Wegen einer schweren Beinverletzung, die ihn eine Kniescheibe gekostet hat, hinkt er beim Gehen. Sein Haar zieren zwei goldene Schmuckstücke. Niemand weit und breit hat das gelblich schimmernde Edelmetall vorher je gesehen, geschweigend in besessen. Drei kleine Messer aus Kupfer, auch dieses Metall noch eine Seltenheit in jenen Tagen, trägt er als Zierde an seinem Gürtel. Er ist sogar in der Lage, selbst Kupfergegenstände herzustellen, wie seine Steinwerkzeuge zur Metallbearbeitung zeigen. Bei seinem Tod um das Jahr 2300 v. Chr. gibt man ihm all seinen Besitz mit ins Grab. Eine geradezu königliche Bestattung im Vergleich zu seinen Zeitgenossen in den Gemeinschaftsgräbern. Wie erklärt sich das plötzliche Auftauchen eines Mannes, der Kupfer gießen kann und Goldschmuck besitzt, in der Nähe von Stonehenge? Nun, sein Geheimnis ist, dass er ursprünglich gar nicht aus England stammt, sondern aus Mitteleuropa, wo die Menschen schon etwas mehr Erfahrung in der Metallherstellung haben. Erst als Erwachsener ist er nach England gekommen und hat sich, ob seiner Fähigkeiten und seines Wissens, bald eine hervorgehobene gesellschaftliche Stellung gesichert. Hat er auch neue Ideen mitgebracht? Hat er den Anstoß zum Ausbau von Stonehenge zu jener monumentalen Kultstätte gegeben? Haben ihn seine Zeitgenossen ganz bewusst in der unmittelbaren Nähe bestattet, auf das sein Geist die Fertigstellung der Anlage beobachten und beschützen kann? Die Geschichte von Stonehenge beginnt fast tausend Jahre vor dem Schützen von Amesbury. Im ausgehenden vierten Jahrtausend heben die Bauern der Umgebung einen zwei Meter tiefen Graben aus, an den sich ein zwei Meter hoher Erdwall anschließt. Im Inneren graben sie 56 Löcher, in die sie vermutlich Baumstämme setzen. Hirschgeweihe dienen ihnen als Hacken, um den Boden zu lockern. Die Schulterblätter von Ochsen nutzen sie als Schaufeln. Spätere Generationen füllen die Löcher mit Tierknochen oder auch menschlichen Gebeinen wieder auf. Das frühe Stonehenge dürfte so vor allem ein Ort für Opferzeremonien, Bestattungen und Ahnenkulte gewesen sein. Danach liegt die Anlage in der Ebene von Salisbury aber wieder mehrere hundert Jahre lang brach. Erst um das Jahr 2500 v. Chr. stellen die Menschen die ersten Steinkreise auf. Die hierfür verwendeten Blausteine sind einige Meter hoch und wiegen gut vier Tonnen. Das Ungewöhnliche ist jedoch, dass sie nicht aus der näheren Umgebung stammen, sondern aus den mehr als 200 Meilen entfernten Bergen im südwestlichen Wales. Wie haben die Erbauer von Stonehenge so große und schwere Steine über eine so lange Strecke heranschaffen können? Es bleibt eigentlich nur der Weg zu Wasser. Ein Floß aus Eichenstämmen in mühseliger Arbeit mit Steinwerkzeugen ausgehöhlt ist in der Tat in der Lage ein Gewicht von einigen Tonnen zu tragen. Wahrscheinlich geht es zunächst an der Küste von Wales entlang und dann den Fluss Avon hinauf, der in einer Entfernung von zwei Meilen an Stonehenge vorbeifließt. Den gefährlichen Transport der Steine erledigen Männer wie die Bogenschützen von Boscombe, so genannt wegen der Pfeilspitzen als Grabbeigaben. Ihr Grab liegt nahe Stonehenge, ihr Geburtsort jedoch in Wales. Wie die von innen herangeschafften Blausteine sind auch sie in Stonehenge geblieben. Um das Jahr 2300 beginnt die dritte und letzte Bauphase. Sandsteinfindlinge werden aus den 20 Meilen entfernten Marlborough Downs nach Stonehenge gebracht. Es braucht die geballte Muskelkraft hunderter Männer, um einen Felsblock von einigen Dutzend Tonnen Gewicht auch nur einen Fuß voranzubringen. Zunächst muss so ein Steinriese da, wo ihn eiszeitliche Gletscher zurückgelassen haben, auf einen Schlitten aus mächtigen Baumstämmen gehievt werden. Mithilfe von Unmengen von Tierfett als Schmiermittel können 250 Männer so einen 50 Tonnen Koloss tatsächlich über den Boden schleifen. Geht es bergauf, müssen schon mal tausend Mann an die Zugseile. Einmal am Ziel werden die Steine zunächst mit Steinhämmern in die gewünschte Form gebracht. Die zwei Meter breiten, einen Meter tiefen und mehrere Meter hohen Sandsteinblöcke werden von unten nach oben etwas breiter, damit der am Fuße stehende Betrachter den aufragenden Megalith als gerade wahrnimmt. Schließlich lassen die Männer die steinernen Riesen in die vorbereiteten eineinhalb Meter tiefen Löcher ein, ehe sie mithilfe von Rampen und Seilen auch noch die Decksteine von oben in Position bringen. Die Anlage ist nun fertig. Tausende Männer, die über die Jahre mitgearbeitet haben, sind zusammengekommen, um mit kultischen Zeremonien und einem mehrtägigen Fest die Fertigstellung zu feiern. Bleibt die Frage, zu welchem Zweck haben sich Stonehenge errichtet? Als Versammlungsstätte, wie Windmill Hill ihren Vorfahren eine war? Als Heiligtum, um ihren Göttern Opfer zu bringen? Als Sternwarte zur Erforschung des Himmels? Oder ist Stonehenge ein gewaltiger, steingewordener Kalender? Letzteres ist die wahrscheinlichste Variante. Die jungsteinzeitlichen Erbauer können zu der Zeit schon auf eine längerwährende Landwirtschaftstradition zurückblicken. Sie wissen, wie wichtig der richtige Zeitpunkt für Aussaat und Ernte des Getreides ist. Fest steht auch, dass die jungsteinzeitlichen Erbauer von Stonehenge den Lauf von Sonne und Mond in anderer Form längst verfolgen. Denn ohne astronomische Grundkenntnisse können sie ja gar nicht wissen, in welche Position die Steine gebracht werden müssen. Stonehenge ist nämlich so ausgerichtet, dass die Sonne am Morgen des Mittsommertags, wenn sie im Jahresverlauf am nördlichsten steht, zwischen den Eingangssteinen aufgeht und ihre Strahlen in gerader Linie ins Innere des Bauwerks zwischen die Hufeisenanordnung fallen. Auch andere wichtige jahreszeitliche Wendepunkte, wie die Tag- und Nachtgleiche im Frühjahr und Herbst oder die Wintersonnenwende, können am Horizont beobachtet werden. Über weitere Steine lassen sich auch der nördlichste Untergangspunkt des Mondes sowie sein südlichster Aufgangspunkt anpeilen. Insgesamt können wohl bis zu zwölf Sonnen- und Mondpeilungen vorgenommen werden. Alles Zufall? Wohl kaum. Stonehenge ist nach seiner Fertigstellung viele Jahrhunderte in Gebrauch. Noch ein paar Mal wollen die Menschen Veränderungen vornehmen, lassen dann aber schnell wieder davon ab, wie das Graben von Löchern zeigt, die schon bald wieder zugeschüttet werden. Als die Römer im ersten Jahrhundert nach Christus England erobern, ist das Wissen um die Erbauer von Stonehenge längst verloren, um Männer wie die Bogenschützen von Boscoom, die tonnenschwere Steinblöcke 200 Meilen auf Eichenflößen transportiert haben, um Anführer wie den Adligen von Amesbury, der vielleicht derjenige war, der den Anstoß zum Bau der Anlage gegeben hat. Doch auch, wenn die Menschen vergessen sind, ihr Werk kündet noch heute von der unbändigen Willenskraft, die ihnen die Verwirklichung dieses unerhörten Vorhabens erst möglich gemacht hat. Und so stehen die Besucher von Stonehenge noch heute ehrfurchtsvoll vor diesen mächtigen, steingewordenen Zeugen aus dem dritten Jahrtausend vor Christus. Untertitelung